Es wird angegriffen. Hä? Was ist denn hier? Kommt noch was? Worauf soll ich ballern, Sir? Ist ja nicht mein Geld. Ganz kaum noch erwarten. Piss dich mit deinem Creep hier. Braucht ihr euch hier gar nicht auszubreiten. Verstanden. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Ganz kaum noch erwarten. Wir können hier etwas Hilfe geben. Du doch, was? Nein. Das passiert, wenn man mal nicht da bleibt. Geht man noch? Oh, jetzt geht da oben wieder weiter. Ich hasse es. Du brauchst da jetzt ein verdammtes, ein verdammten Bunker. Du brauchst da noch einen. Ich bin immer noch so viele Mineralien. Nein, du sollst da nicht rein. Was ist das? Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Worauf soll ich ballern, Sir? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. So, komm ich hier jetzt gar nicht mehr raus. Das ist ja echt bescheuert. Wir können hier ein bisschen weiter hinten bauen. Wir können hier einfach Hilfe gebrauchen. Puh, der Bending wäre fast explodiert. Worauf soll ich ballern, Sir? Was zieht euch hier? Erweiterung fertiggestellt. Bingo! Sicher. Ganz außerverwandt. Okay, da war nichts Ernstes. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, wow, 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 wow. Das war keine gute Idee. Oh, mein Gott, ich habe viel zu wenig Mineralen und man sieht hier, wie viele SCVs ich habe. Ich habe schon jetzt viel zu viele. Was soll das denn hier in meiner eigenen Base? Oh, diese blöden Beinlinge. Oh, diese blöden Beinlinge. So, neue Depos. Ich habe hier losgelassen. Aye, aye, Sir. Und nicht? Der Depos. Die benötige weitere Depos. Bereit machen, Jungs. Schickt lieber meine Stimme. Wah... 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 Oh man, die kommen jetzt hier schon von drei Seiten. Also hier diese drei Brutstätten zu killen, kann ich ja mal vollkommen vergessen. Ah, da sind ja kaum viele. Ach du gute Güte. Die Kavallerie. Kavallerie. Echt toll, ich gebe dir einen Angriffsbefehl. Und die heilen sich nur gegenseitig. Hätte ich denn noch mehr Rebellen retten können hier hinten, oder was? Ich habe nur zwei von drei Rebellen gerettet. Boah, das war in letzter Sekunde hier. Da aufgönne ich mir ein Schluck leckeres Wollwegwasser. Die Kamera ist hier. Ist da unten noch jemand am Leben? Gut dich zu sehen Matt. Willkommen auf unserer kleinen Party. Hey, kleine Dance-Party. Na dann holen wir euch Jungs mal hier raus. Ist cool, dass ein so ein Battlecruiser mal eben 100 Millionen tausend Zerklinge zack ballern kann. Brutstätten zerstört 0 von 8. Ach ja, beim nächsten Mal vielleicht, ne? Naja, wie dem auch sei. Das war jetzt erstmal der dritte Part von Let's Play StarCraft 2. Die dritte Mission war das. Und bald geht's weiter dann mit der vierten Mission. Bis dahin, man sieht sich! Bis dahin. Ltern 1956. 节likle?